Das Moneymaker-Los bringt auch in diesem Jahr bares Geld. Herzlich Willkommen bei der Geldscheffel Shop. Und wenn Sie dreimal das ORF-Symbol auf Ihrem Moneymaker-Rupe-Los finden, dann geht es Ihnen genauso wie der Romana aus Maria Tafal in Niederösterreich. Hallo Romana! Weil Sie da sind, Romana, die Spielregeln hinter den Moneymaker-Glückskarten, verstecken sich Symbole, die es Ihnen ermöglichen. Wie gewohnt 30 oder 30 plus 10, also 40 Sekunden zu scheffeln oder der gesamte Gewinn mal zwei. Welche Karte darf Ihre sein? Diese hier, bitte schön. Und 30 Sekunden Geldscheffeln, wie gewohnt. Und hier haben wir den Gewinn Verdoppler und die 40 Sekunden. Was werden Sie mit dem Gewinn machen? Ein neues Swimmingpool und Einkauf mit meiner Tochter. Großartig! Schwimmen wir gleich hinüber Richtung Gelddusche. Sie tauchen ein in die Welt der Geldscheine und ich komme mit dem Startkommando, das da lautet Achtung! Fertig! Moneymaker, bitte los! Freude am Leben! Das wünscht die im Sternzeichen als Fischgeborene Romana allen Zusehern von Moneymaker. Dankeschön! Aus dem schönen Wallfahrtsort Maria Tafal kommt sie und wird heute von ihrem Walter und den Kindern Jasmin und Clemens seelisch unterstützt. Kein Wunder! Darf bei einem erfrischenden Gewinn die ganze Familie in einem neuen Swimmingpool, Planschen. Das ist fein! Romana wisst gerne Klatsch und Tratsch, der Promis. Und ist heute selber einer. Uh, bei der Schlussposition ist ein bisschen was durchgerutscht. Trotzdem wird es natürlich ein spannendes Geldsinn und wir spielen spannend um den goldenen Philharmoniker. Und hier begrüße ich auf Leitung 1 die Trude aus Hüttenberg, natürlich Kärnten. Und auf Leitung 2 die Margarete aus Salzburg. Schönen guten Abend, meine Damen! Guten Abend! Trude, auf Leitung 1 bitte gleich die erste Zahl! 2! 2! Beginnen wir mit der 2. Aufgerupelt. Leider nix. Margarete, Sie sind dran! 7! 7! Gleich bei mir. Erste Philharmoniker glänzt. Und die Trude? 8! 8! Gleich daneben. Leider nein. Und Margarete? 6 bitte! 6! Jawohl! Auch nix! Und es bleibt spannend. Trude? 1! 1! Kurz überlegt. Da ist der zweite. Gut gegangen. Somit Chance für die Margarete. 5! 5! In der Mitte. Da ist er! Schnell ist es jetzt gegangen. Die Trude hat vorgelegt für die Margarete. Er kommt nach Salzburg. Trude auf jeden Fall. Aber natürlich Dankeschön fürs Mitmachen. Und mitgemacht hat heute die Romana aus dem schönen Waldfahrtsort Maria Tava. 30 Sekunden hat sie gescheffelt und 3.150 Euro sind es geworden. Also ich bin sicher, da wird sich ein Schwimmen ausgehen in ihrem neuen Swimmingpool. Bis morgen wieder bei Money Makeup. $20.000 $20.000 $21.000